Einkaufen bis Mitternacht? Das geht hierzulande nur im Internet. Für gewöhnlich ja, aber die Outlet City Metzingen macht am Freitag dem World Wide Web Konkurrenz und lässt ganz einfach die Läden offen. Aber damit nicht genug. Den ganzen Tag über und darüber hinaus bis Ostern ist einiges geboten in der Kelternstadt. Namenhafte Marken zu kleinen Preisen. Dafür stehen die mittlerweile 85 Fabrikverkäufe in Metzingen. Sie locken mit ihren Angeboten jährlich über vier Millionen Besucher in die Stadt. Und jetzt werden es noch ein paar mehr. Am Freitagvormittag ist nämlich Big Opening. Dann öffnen 16 neue Geschäfte aus Mode und Gastronomie ihre Tore für die Fashion-Liebhaber und Schleckermäuler. Beim Big Opening wird es ein ziemlich großes Rahmenprogramm geben. Wir werden sowohl Outdoor spezielle Aktionen haben, aber auch Indoor mit unterschiedlichen Sektempfängen. Es gibt Modezeichnungen, wir werden unterschiedliche Angebote haben, gerade was Produkte angeht. Teilweise aber auch auf gesamte Warengruppen. Lasst euch einfach überraschen. Zeit um alles zu erkunden und natürlich auch zum Einkaufen bleibt dann bis Mitternacht. Für eine gute Versorgung der Bummler während des langen Shopping-Tages sorgen mit etwas Foodtruck-Unterstützung die örtlichen Gastronomen. Und in gewohnter Manier soll auch die Unterhaltung nicht zu kurz kommen, die bei der diesjährigen großen Osteraktion des Tourismusmarketing ebenfalls an erster Stelle steht. Speziell an dem Samstag, an dem 13. April, haben wir dann ein breites Rahmenprogramm für die ganze Familie. Wir haben zum Beispiel Kutschfahrten, die wir anbieten, die man für einen Euro durch die ganze Innenstadt machen kann. Wir haben sehr viele Aktionen für Kinder, Bastelaktionen, gerade das Sunpainting auch vom Midnight Shopping. Wir haben viele Cateringstände, wir haben ein paar Stände, die Osterdekoration, selbstgebasteltes verkaufen an diesem Tag. Also ist für jedermann was geboten. Doch schon ab diesem Samstag können sich die Besucher der Metzinger Innenstadt an einem 14 Tage laufenden Gewinnspiel beteiligen. Sie müssen einfach nur die Buchstaben in den Schaufenstern von insgesamt 18 Einzelhändlern zu einem Lösungswort zusammenfügen. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine.